Sprung! Ah, danke! Scheiße! Diesmal kriege ich dich. Go, 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 go! Zack! Ja! Moin, Leute! Am heutigen Tag verwandeln wir uns in einen Bär beim Bär Simulator. Okay, ich möchte gerne einen neuen Bär erstellen. Starte ein neues Bär-Adventure. Yep. Hallo? Oh, da sind wir. Wir haben zwei süße Tatzen. Achievement be a Bär complete. Ja, ja, ich bin ein Bär. Hallo? Was bist du? Ist das eine dicke, fette Made? Nicht ess ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt lecker war. Aber egal, das ist scheinbar unser Zuhause. Ach, hier kann ich schlafen. Ja, aber ich bin ja noch gar nicht müde. Soweit ich weiß, sehen wir da unten links einerseits unsere HP-Anzeige und das Blaue ist unser Schlaf. Unsere Ziele sind, finde und esse alles. Okay, werde intelligenter als der normale Bär, das schaffe ich auch. Und bleib weg von irgendwelchen anderen Regionen, bis ich stark genug bin. Okay, dann gehen wir mal raus. Alter! Ist ja richtig schick hier. Wo gibt's jetzt hier was zu essen? Hallo? Ich seh hier nix. Da ist grüner... Da ist ne Ente. Ah, warte mal. Links klick, schlag ich zu. Okay. Wir müssen uns anpirschen. Ding, ding. Oh, oh. Hat sie mich bemerkt? Nee, hat sie nicht! Fuck! Nein, ich hab sie nicht bekommen! Komm bitte zurück, Ente! Ach, Mann. Was ist das für grüner Schleim? New Area. Ability Smell Required. Es gab doch hier auch Optionen. Nee, warte hier. Ja, genau. Hier kann man irgendwie so ein paar Trophäen etc. sammeln, aber... Ah, jetzt! Ich muss das mit Tab machen. Hier sehe ich nämlich meine ganzen Skills und meine Bärenpunkte. Mit denen kann ich dann neue Fähigkeiten auswählen. Double Claws. Okay, ich muss jetzt erst mal fressen. Und das bringt mir hier gar nichts, dieser grüne Schleim. Sind hier Fische? Hallo? Oh. Hier könnten tatsächlich Fische sein. Oder Alligat... Alter, ist das ein dicker Fisch. Kommst du her? Achso! Oh, ich ertrinke, aber ich hab ihn gegessen. Aber dafür hab ich gar keine Bärenpunkte bekommen. Oh. Ich hätt ihn wahrscheinlich kaputt hauen müssen. Ich meine, ich bin ein Bär. Ich muss alles fressen. Forage? Okay, was auch immer Forage ist. Oh. Seht ihr das da vorne? Da ist noch eine Ente. Diesmal kriege ich dich. Diesmal kriege ich dich. Go, 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 go! Zack! Ja! Ich hab die Ente. Es tut mir wirklich leid. Aber man muss einfach sagen, meine Damen und Herren. Es geht hier wirklich ums Überleben. Ich bin ja ein Bär. Und jetzt ess ich eine Ente. Ähm. Die Ente ist noch da. Hallo? Ich hab dich grad gegessen. Hab ich jetzt Bärenpunkte? Ja, jetzt sieht man 5,50. Nice. Da ist direkt das Nächste. Was ist das? Ach, ein Hoppelhase. Ich glaub, das sah ihm so aus, als wollte der kämpfen. Hallo, Mr. Hoppelhase. So. Sag, tut mir leid. Aber ich hab Hunger. Ich bin ein Bär. Essen. Was ist das da vorne? Hä, wieso ist hier eine Mauer? Hallo? Ist das eine geheime Forschungsstation? Da oben liegt irgendwas drauf. Yes. Da liegt doch irgendwas. Komm schon, Mr. Bär. Ja, was ist das? Ach, die. Noch eine Mate. Egal. Ess dich trotzdem. Oh. Ich hatte, glaube ich, gar nicht so Unrecht mit einer geheimen Forschungsstation. Das ist noch ein Hoppelhase. Hallo? Du, komm her. Also irgendwie seid ihr Hasen ein bisschen doof. Kriegt dann auch irgendwie immer plus 1 Run plus Jump. Aber egal. Was ist das? Was ist denn das? Ist hier eine Pizza? Alter. Veggie Pizza? Also, ich bin ja kein Professor, ne? Aber warum ist hier so eine komische Pizza? Egal. Ich hatte ihm ein bisschen Angst, als ich den Kopf geschlagen habe. Was liegen hier für komische Sachen rum? Attention. Bear Cups spotted in an area. No signs of larger bears in present. Okay. Ich bin ein friedlicher Bär. Public Lake House. Da ist noch ein Hase. Sind hier irgendwo... Echt. Komm her. Sprungattacke. Hey. Kommst du jetzt her, Mr. Hasel? Das kann ja nicht wahr sein. Ja. Zack. Und essen. So, ich möchte jetzt hier vorne zu dem Haus. Oh. Kann ich hier dran schlicken? Ne. Police Warning. Was? Large Animals. Hier ist aber auch ein bisschen Blut. Ich gehe einfach mal hoch. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier ein anderes Monster ist. Aber sieht safe aus. Alter, ein Sodapop. Nicht, dass Sasquatch hier wohnt. Was ist das? A mark left by a pig. Oh, Jalapeno Pizza. Danke. Alter, hier ist ja mega viel. Und da unten ist noch eine Ente. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt? 210. Kann ich jetzt schon irgendwas machen? Sharper Claws. 500 brauche ich Diamond Claws. Ich habe auch schon voll viel Stamina, glaube ich, dazu gewonnen. Hier ist eine Mütze. Kann ich die aufsetzen? Als ob. Man sieht das jetzt unten links. Warum habe ich eine Mütze auf? Egal. Nochmal Jalapeno? Oh, Pepperoni. Aber erstmal ist die Ente dran. Sprung. Ah, fuck. Los, 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 los. Scheiße. Irgendwie hätte man eine Taste geklemmt. Oder es war so ein bisschen wegen dem Stittel hier oben. Ach, Mann. Ich hätte ich gerne gegessen. Oh, hier drunter ist aber auch noch irgendwie was. Jetzt vorbei. Hier ist noch eine Made. Ne, ich kann das nicht aufschlagen. Egal. Ich gehe mal nach hier vorne. Vielleicht kommen wir da in die Forschungsstation rein. Da ist aber kein Weg. Hallo. Wie komme ich da hin? Ah. No public stay out. Ey, ich habe ein bisschen... Da ist ein Hühnchen. Hallo. Ich hätte ganz gerne einmal Chicken Wings. Kann ich einfach rüber? Ich kann nicht weit genug springen. Es sei denn... Ne. Ich komme da nicht rein. Es muss einen Weg irgendwie hier so rum geben. Hier könnte es funktionieren. Ne. Dann aber hier irgendwie drauf. Zack. Oder auch nicht. Hallo. Ich bin doch ein Bär. Ich muss doch hier hochkommen. Exzellent. So. Ja, ich habe es geschafft. Hallo Hühnchen. Es tut mir leid. Aber wenn du es könntest, würdest du es auch tun, Mr. Huhn. Okay. Einmal essen. Zack. Red Peppers. Oh, geil. Hä? Hier sind noch mal Hühner. Wo verstecken die sich? Hier um die Ecke? Hä? Habe ich mir die gerade eingebildet? Oh, ich glaube, ich könnte hier noch mal einen weiter hoch. Zack. Oder auch nicht. Hier vielleicht? Oh ja, tatsächlich. Ha, da ist noch eins. Komm her. Zack. 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 Und einmal essen. Was ist das für ein Schleim hier? Ey Leute, das ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Shepherd Lake. Wo bin ich jetzt hier reingeraten? Storage Area. Hier ist auf jeden Fall viel Schleim. Oh. Ein Fuchs. Bist du ein Feind oder Freund? Ich habe kein Beef mit dir. Alles gut. Ich esse nur den Hamburger hier. Hä? Den kann ich nicht essen, weil ich dafür Intelligenz brauche? Was ist das denn für ein Mist? Kann ich das hier schlürfen? Ja, einen Kaffee. So. Hallo. Was geht hier ab? Oh, da ist noch eine Ente. Angriff. Verkackt. Scheiße. Oh, die Campgrounds. Ja, ja. Hier würde ich gerne hin. E-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Oh, ja. Da sind bestimmt Leute. Hallo. Das sieht ja geil hier aus. Was ist das hier für ein grünes Zeug? Ach so. Das ist einfach Salat. Junge. Ist ein Bär Salat? Oh. Hier gibt es Stuff. Oh. Zack, Alter. Hier ist ja mega viel. Ah, du bist eine Kröte. Wartet, ich möchte dich gerne essen. Hallo? Alter, wie viel der ausgehalten hat. Krass. Oh, eine Turtle. Hallo? Okay. Gegen den kann ich nichts machen. Der ist einfach zu krass. Hier ist ein Schwein. Edgar? Edgar, hallo? Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich bin zwar ein Bär, aber Edgar, das geht nicht. Crystal Cave? Nee, ich bin nicht verrückt. Ich gehe auf gar keinen Fall in irgendeinen Cave rein. Definitiv nicht, weil da wohnt irgendwas komisches. Ich gucke hier nur mal rein. Ja, 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 ja. Das könnt ihr gerne, das Ding könnt ihr gerne selber haben. Ich gucke hier lieber in die Zelte. Hallo? Wohnt hier jemand, den ich kenne? Menje? Oh, warte, was bist du denn? Ja, oh, man braucht zwei Schläge. Sonst hätte ich die erwischt. Hier ist nochmal ein Frosch. Hier ist nochmal eine Turtle. Aber wo sind die Leute? Hallo? Findest du zufälligerweise Edgar? Scheinbar nicht. Okay, ich sammle jetzt gerade auch nicht alles ein. Noch ein Schwein. Guck mal, ich kann doch einfach das hier essen. Wie viele Punkte habe ich schon? Oh, fast 500. Enhanced Nose habe ich jetzt schon. Kann ich die denn noch irgendwie vergeben, die Punkte? Wo laufe ich denn jetzt hin? Hallo? Laufe ich gerade im Kreis? Ja, ich glaube schon. Schnell wieder zurück. Oink, oink, oink. Oh, hier geht es noch weiter. Das ist sogar so ein richtiger Campingwagen. Aber ich kann das nicht zerstören. Oh, ein Baguette. Und eine Taschenlampe. Kann ich das aufsammeln? Nee, aber das Baguette ist... Okay, mich interessiert jetzt doch irgendwie so ein bisschen, was hier abgeht. Jetzt muss ich doch irgendwie aufknöbeln können. Weiß jemand, wie ich da reinkomme? Hier ist Gas. Also Benzin eher. Eine Brezel. Find the ancient treasure of the crystal cave. Will you be the first? Hier kann ich wahrscheinlich hoch und dann da rein. Leute, soll ich da reingehen? Falls ja, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare oder lasst eine kleine Bewertung da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Leute, das war's mit dem Bär-Simulator. Lasst eine Bewertung da, wie gesagt. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.